Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Zwillinge, heute bietet sich eine wunderbare Gelegenheit, deine Ziele festzulegen und zu verfeinern. Wenn du es noch nicht getan hast, solltest du eine Liste mit deinen Zielen erstellen. Dies ist ein Moment für uneingeschränktes Brainstorming. Lasse deinen Gedanken freien Lauf und schreibe sie auf, sobald sie dir einfallen. Wenn du deine Ideen gesammelt hast, nimm dir die Zeit, die Liste nach Prioritäten zu ordnen. Füge die notwendigen Schritte hinzu, um jedes Ziel zu erreichen, und überlege dir, in welchem Zeitrahmen du es erreichen willst. Diese Übung hilft dir, die Richtung deines Lebens zu bestimmen und es proaktiv auf deine gewünschten Ziele zu lenken. Was dein Wohlbefinden angeht, könnte es sein, dass es dir heute ein bisschen «heiß unter dem Kragen» ist. Es kann eine ziemliche Herausforderung sein, ein persönliches Gesundheitsprogramm zu erstellen und aufrecht zu erhalten. In der Anfangsphase hörst du vielleicht innere Stimmen wie, ich brauche Eiscreme, sonst geht es mir schlecht, oder ich bin zu erschöpft, um Sport zu treiben. Mit etwas Übung kannst du jedoch lernen, diese Stimmen zu beruhigen, indem du dir sagst, ich werde mich besser fühlen, und es wird nicht lange dauern, oder ich genieße lieber diesen Obstsalat mit frischer Himbeersause. Nimm den Weg zu einem gesünderen Lebensstil an und genieße die Belohnungen, die er mit sich bringt. Im Bereich der Kommunikation solltest du heute vorsichtig sein, denn es könnte sein, dass sich jemand auf eine verbale Konfrontation mit dir einlässt. Es ist wichtig, dass du deine Worte mit Bedacht wählst, denn diese Person wird sich wahrscheinlich jede deiner Äußerungen genau merken. Diese Worte könnten in der Zukunft wieder auftauchen und dich verfolgen. Stell dich darauf ein, dass du hinter allem stehst, was du sagst, und versichere dich, dass deine Aussagen gut überlegt und durchdacht sind. Heute könntest du dich in einer besonders abenteuerlichen und wagemutigen Stimmung befinden. Die Energie des Tages steht ganz im Zeichen von Action, Aufregung und einem schnellen und dynamischen Vorankommen. Wenn du dich von jemandem belastet fühlst, der dich aufhält und dich behindert, könntest du die Geduld verlieren und dein Bedürfnis nach persönlichem Freiraum zum Ausdruck bringen. Dieser Wunsch nach Unabhängigkeit und Freiheit ist ganz natürlich, und es ist wichtig, dass du deine Grenzen durchsetzt, wenn es nötig ist. In dieser Woche deuten die himmlischen Energien darauf hin, dass sich dir ein kleines Hindernis in den Weg stellt. Anfangs mag es wie eine Straßensperre erscheinen, aber lass dich nicht entmutigen. Das Universum präsentiert Herausforderungen oft als Chancen für Wachstum und Lernen. Nimm diesen Rückschlag als Chance wahr, neue Stärken und innovative Lösungen zu finden, die du sonst vielleicht nicht entdeckt hättest. Erinnere dich daran, dass jeder Rückschlag als Vorbereitung für ein Comeback dient und dass du die nötige Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit besitzt, um jede Hürde zu überwinden, die sich dir in den Weg stellt. Diese Erfahrung wird letztlich zu deiner persönlichen und beruflichen Entwicklung beitragen und dich weiser und widerstandsfähiger machen als zuvor. Astrologisch gesehen bilden die Sonne und der rückläufige Merkur in der Jungfrau eine einzigartige Verbindung, ein Phänomen, das als Kasimi bekannt ist und bedeutet, dass sich Merkur im Herzen der Sonne befindet. Während dieser Zeit wird die Kommunikation besonders klar und deutlich, selbst inmitten der rückläufigen Phase von Merkur. Es ist ein sehr vorteilhafter Tag, um Pläne zu machen, Verhandlungen zu führen und Verträge zu unterzeichnen. Diese himmlische Ausrichtung verbessert deine Fähigkeit, effektiv zu kommunizieren und bedeutende Fortschritte zu erzielen. Nutze diese astrologische Energie zu deinem Vorteil, denn sie bietet dir eine einzigartige Gelegenheit für produktive und effiziente Interaktionen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Taro-Karten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Das Ast der Schwerter steht für Klarheit, Durchbrüche und die Kraft des Geistes. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute mit geistiger Klarheit ausgestattet bist und das Potenzial für einen bedeutenden Durchbruch hast. Sie steht für eine Zeit der tiefen Einsicht und einer neuen Perspektive. Das Ast der Schwerter ermutigt dich, deinen Intellekt und dein logisches Denken einzusetzen, um Verwirrung zu durchbrechen und Lösungen für Herausforderungen zu finden. Es erinnert dich daran, dass die Kraft deines Verstandes zur Wahrheit und Klarheit führen kann. Neben dem Ast der Schwerter haben wir den Magier. Diese Karte steht für Manifestation, Einfallsreichtum und die Macht, deine Realität zu erschaffen. Sie steht für eine Zeit, in der du deine Fähigkeiten und Talente nutzen kannst, um deine Wünsche zu verwirklichen. Der Magier fordert dich auf, an deine Fähigkeiten zu glauben und deine Ziele proaktiv anzugehen. Er erinnert dich daran, dass du die Mittel hast, dein Schicksal zu gestalten und deine Visionen zu verwirklichen. Schließlich haben wir noch den Stern. Diese Karte steht für Hoffnung, Inspiration und ein Gefühl der Zielstrebigkeit. Sie steht für eine Zeit, in der du wieder an die Zukunft glaubst und eine Verbindung zu einer höheren Führung hast. Der Stern ermutigt dich, Hoffnung zu haben und an deine Träume zu glauben. Er erinnert dich daran, dass du, wenn du dich auf deine wahre Bestimmung ausrichtest, Inspiration finden und einen Weg einschlagen kannst, der dich zur Erfüllung führt. Zusammen bilden das Ast der Schwerter, der Magier und der Stern eine kraftvolle Kombination aus geistiger Klarheit, Manifestation und Hoffnung für die Zukunft. Nutze heute die Energie des Ast der Schwerter, indem du deinen Verstand und dein Denken einsetzt, um Klarheit über die Herausforderungen zu gewinnen, vor denen du stehst. Suche nach Durchbrüchen und neuen Perspektiven. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Magiers, indem du proaktive Schritte in Richtung deiner Ziele unternimmst und an deine Fähigkeiten glaubst, deine Wünsche zu verwirklichen. Nutze deine Kreativität und deinen Einfallsreichtum, um deine Realität zu gestalten. Kanaliere die Energie des Sterns, indem du Hoffnung und Vertrauen in deine Träume und Bestrebungen hast. Lass dich von deiner wahren Bestimmung inspirieren und wähle den Weg, der dich zur Erfüllung führt. Diese Deutung steht für einen Tag der geistigen Klarheit, der Manifestation und der Hoffnung für die Zukunft. Lass dich von der Energie des Ast der Schwerter inspirieren, indem du nach Klarheit und Lösungen suchst. Nutze die transformativen Qualitäten des Magiers, um proaktiv auf deine Ziele zuzusteuern. Nutze schließlich die Führung des Sterns, um Hoffnung und Vertrauen in deine Träume zu haben und deiner wahren Bestimmung zu folgen. Erinnere dich daran, dass dein Geist ein mächtiges Werkzeug für Klarheit und Manifestation ist. Wenn du dich auf deine wahre Bestimmung ausrichtest, kannst du Inspiration finden und eine Zukunft schaffen, die deine Wünsche erfüllt. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl von geistiger Klarheit, kreativer Kraft und neuer Hoffnung für die Zukunft meistern. Untertitelung des ZDF, 2020